Als ich heute morgen aus dem Haus gehen wollte, lag dieses komplett zerstörte Handy genau bei mir vor der Tür. Und ich frag mich jetzt natürlich, wo kommt das eigentlich her? Nur wie findet man das raus? Beim Aufmachen hab ich so eine Nummer entdeckt. E-Mai, das hab ich erstmal gegoogelt und eine Seite gefunden, mit der man die überprüfen kann. Da kamen dann aber nur Infos zum Handy raus. Also ich brauch ganz dringend Tipps von euch, wie ich den Besitzer rausfinden kann.